in dem heutigen video werde ich euch allen detailliert erklären wie ihr den neuen duplizieren glitsch machen könnt ganz wichtig hierbei wie der name schon sagt das ist ein duplizieren glitsch leute das heißt es werden nur die sachen gespeichert die ihr zum zeitpunkt des dashboards dabei habt also ihr dürft die sachen aus euren grabstein nicht benutzen falls sie den anderen grabstein machen wollt wo ihr die sachen in der runde benutzen könnt dieses video verlinke ich euch unten in die video beschreibung leute aber dieses video dreht sich hauptsächlich nur ums duplizieren fangen wir dann mal an als erstes müsst ihr in euren grabstein bzw sondern rucksack alle sachen tun die ihr duplizieren wollt bei mir ist das das alles um ganz wichtig leute packt eine grabsteindose rein weil wenn ihr einen grabsteindose in euren rucksack habt und eine getrunken hat natürlich könnt ihr auch zwei grabsteindose mitnehmen leute eine trinken und eine im rucksack lassen aber ansonsten macht es wie ich packt eine ins rucksack rein und kauft euch einen grabsteindose am automaten für 2000 punkte denn danach braucht ihr nie wieder 2000 punkte zu farmen um einen grabstein zu bekommen ihr müsst jetzt zum akt 4 portal für alle leute die noch nicht in der mission soweit sind das spielt keine rolle jeder kann dieses akt 4 portal freischalten ihr müsst einfach nur auf mission bearbeiten gehen auf akt 4 rüber und auf schlechtes signal und aktivieren klicken und auch eine ganz wichtige info ihr dürft kein dr niete perk ausgerüstet haben weil damit funktioniert das ganze nicht weil dieses perk hat die eigenschaft dass sie unter wasser nicht ertrinkt also ihr könnt unendlich lang unter wasser bleiben ohne zu sterben aber wir müssen gleich sterben also bitte kein dr niete perk ausrüsten und worauf ihr auch achten müsst ihr dürft während ihr den grabstein getrunken habt nicht mehr down gehen also ihr dürft nicht verbluten leute weil sonst klappt das ganze auch nicht ihr dürft auch während der runde einfach nicht dashboarden also ihr müsst immer in jeder runde ein grabstein trinken und auf die art und weise rausgehen wie ich es jetzt mache wenn ihr dann alles habt und grabstein getrunken habt dann geht zu dem portal interagiert einmal damit und rennt danach direkt ins wasser und taucht unter jetzt müsst ihr nämlich die linke lebensanzeige beobachten ihr seht das weiße bei mir was langsam runter geht und wenn das den roten bereich erreicht dann drückt ihr auf die taktikkarte und müsst dann oben rechts auf ja stimmen damit ihr ins portal gezogen werdet wie ihr seht wird das bei mir jetzt langsam rot und sobald es rot wird gehe ich auf die karte und drücke auf ja und jetzt müsst ihr den countdown abwarten und wie gesagt leute hier wird nur das abgespeichert was ihr jetzt gerade aktuell zu diesem zeitpunkt im grabstein drin habt alle konsolenspieler müssen jetzt hier bei dieser teleportationsanimation auf anwendung schließen klicken und alle pc spieler müssen warten bis es jetzt schwarz wird und bei diesem black screen alt f4 drücken wenn ihr dann wieder in die runde kommt dann seht ihr euer operator hat den großen rucksack und ihr habt noch all die items die ihr reinpacken könnt und ich lasse die grabsteindose jetzt drin weil wir haben ja gerade einen rucksack gehabt das heißt in unserem grabstein haben wir noch eine dose drin das heißt diese können wir jetzt gleich trinken und wir nehmen die aus dem grabstein raus also haben wir immer eine grabsteindose drin in unserem grabstein und wir brauchen nie wieder für 2000 punkte einzuholen die items könnt ihr einfach einlagern leute ihr drückt einfach auf einlagern und die kommen ins lager ich habe jetzt aktuell 225 items drin und das aktuelle höchstlimit beträgt 241 items mehr kann man nicht einlagern falls ihr weniger items drin habt und ihr trotzdem nichts einlagern könnt dann werde ich euch noch ein video in die beschreibung verlinken zum thema lager erweitern wie das ganze funktioniert schaut da gerne mal rein damit ihr da auch alle infos habt und das auch fixen können ich habe jetzt in der neuen runde ein versänger mitgenommen und ein pecker punch 1 kristall ich zeige euch auch warum und wenn ihr halt das mit dem portal gemacht habt in die nächste runde reinkommt dann werdet ihr sehen euer grabstein ist jetzt am friedhof und ich zeige euch jetzt mal wie geil die versänger geworden ist nach dem update und zwar wenn ihr sie einmal gepanscht habt könnt ihr direkt losfliegen ihr macht einmal auf fliegen leute haltet die ziel in taste gedrückt macht es noch einmal haltet es weiterhin gedrückt bis ihr dann dreimal hoch geflogen seid und wenn ihr dann dreimal hoch geflogen seid dann macht ihr kurz euren fallschirm auf dann lädt ihr das wieder so bis 70 prozent und dann könnt ihr schon direkt losfliegen ohne von irgendwo hohen vorher runter zu springen als nächstes geht ihr zu euren grabsteinen und macht diesen leer und ihr werdet sehen ihr habt dort wieder eine grabsteindose drin und das ist das was ich meinte leute weil die eine dose die nehmt ihr beim dashboarden immer mit raus und die andere bleibt im grabstein drin im spiel das heißt ihr habt jede runde eine grabsteindose und ihr braucht nicht mehr 2000 punkte zu farmen um euch einen neuen grabstein zu kaufen und wenn ihr dann wieder am portal seid könnt ihr die eine dose trinken dann habt ihr immer noch eine im rucksack die wird dann im grabstein gespeichert und außerdem nehmt ihr die gleichzeitig auch mit raus das heißt in der nächsten runde könnt ihr die dose wieder mit rein nehmen direkt trinken und habt dann noch eine im grabstein ihr geht wieder zum portal aktiviertes geht direkt ins wasser rein taucht unter und jetzt wiederholt ihr das ganze wie vorhin ganz wichtig alle konsolenspieler müssen gleich dashborden sobald die animation kommt von der teleportation und alle pc spieler müssen warten bis das black screen kommt und da drückt ihr dann alt f4 so die lebensanzeige wird jetzt rot ich gehe auf die taktikkarte drück auf ja und nach dem countdown da steht dann spieler eliminiert und dann kommt halt die teleportationsanimation und ganz wichtig sobald ihr diese animation sieht für alle konsolenspieler ihr müsst jetzt dashborden und alle pc spieler warten noch einen kleinen moment und ihr müsst warten bis es jetzt schwarz wird und bei diesem black screen dashborden eine schnellere methode zum items duplizieren gibt es aktuell nicht das geht richtig schnell leute also wirklich sehr sehr schnell weil ihr geht nur rein um zu duplizieren dann geht ihr wieder raus und ja das war es dann auch mit dem video falls ihr irgendwelche fragen habt dann könnt ihr das gerne in die kommentare schreiben oder in meinen discord join und da fragen ansonsten war es das mit dem video ich wünsche euch viel spaß mit dem video ich hoffe ich konnte euch mit dem video helfen falls ja lasst doch ein like da und schreibt mir die kommentare und für all diejenigen die noch kein abo bei mir haben ihr könnt das jetzt an dieser stelle ändern ein kostenloses abo dalassen und die glocke aktivieren damit ihr immer auf den neuesten stand bleibt danke fürs zuschauen und bis zum nächsten video ciao